...eins von Karl Herbert Scheer und Clark Darden, naja, entweder große Vision oder einfach eine ziemlich dicke Hose beweist, endet ja mit den Worten, Perle Rodans Weg führt in eine Zeit, in der die Nachkommen der Menschen von der Erde nur noch von einem Mythos reden und ein vereinsamter Planet um eine längst erloschene Sonne kreist, die einst Mittelpunkt des Universums war. Sind wir da jetzt angekommen? Ist das der Mythos? Ja und nein. Wir wollten natürlich für diesen Band eine Hommage, eine Verbeugung machen vor der Gründergeneration, von der wir heute noch zählen. Gut, zählen auch, ohne aufs Wasser zu gehen. Und dieses Versprechen erschien damals dann nicht in der Serie selbst, sondern in den Vorankündigungen. Und ich fand das ein großartiges Bild, weit in die Zukunft zu gehen, ohne ein Ende zu setzen. Die Menschheit mag nicht mehr da sein, aber ihre Nachkommen bevölkern das Universum. Wir haben deswegen als Zyklus und als Romantitel durchaus den Mythos gewählt, obwohl es natürlich nicht der Schärsche-Mythos ist. Wir wollen ja mit Band 3000 die Serie nicht beenden und nur noch erzählen, dass die Sonne jetzt erloschen ist und die restliche Menschheit sind ausgewandert und die Erde kreist einsam um den Erloschmungsstern. Das würde auch die Frage sein. Das weiß man ja nie, sage ich mal. Also Hartmut und ich, wir mögen keine Spoiler, sage ich jetzt einfach mal so, das werden wir nicht erzählen, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich das noch ein bisschen erhalten kann. Es ist natürlich möglich, und das haben die Kollegen auch immer wieder versucht, eine gewisse Verschiebung in dieser Fünfergruppe einzusetzen. Bislang war es ja so, dass Rodan im Grunde der Erfahrenere ist, die Leitfigur, der uns mitnimmt, wie Leo mal gesagt hat. Rodan ist die Figur von allem, die, wenn er abends bei uns an die Tür klopfen würde und fragen würde, kommst du mit zu den Sternen? Die wahrscheinlich nicht sagen würde, ich gucke gerade Netflix, muss auch noch hier meine Steuern machen, sondern da würde man mitgehen. Weil ich und Toto käme mir mit Zögern, glaube ich. Welche Rolle spiele ich denn? Was isst du denn so am Abend? Und man kann schon in dieser Fünferkonstellation ein bisschen was ändern. Und man kann zum Beispiel mit einem Zeitsprung bewirken, dass einer der Figuren plötzlich der Erfahrenere ist, vielleicht sogar der Erfolgreiche. Die Figuren liegen immer. Und in diese Position wollten wir Rodan nochmal bringen und den Lesern damit mehr oder weniger deutlich vermitteln oder versprechen, dass es auch hier um einen Aufbruch geht. Und dass Rodan, was immer er jetzt tun wird in diesem Handlungsabschnitt, in diesem Zyklus, eine ihn fast zwingende Motivation hat, ihn in einen Zugzwang setzt, von dem er nicht gedacht hätte, dass er da jemals hineinkommt. Am Schluss sind die in der richtigen Reihenfolge, wenn die zugeschnitten sind. Und ich dachte, ich lese euch daraus was vor, was so cooler aussieht, als wenn ich einen Roman nehme. Jetzt habe ich nur folgendes Problem, ich habe den falschen Pro Drogen mitgenommen. Deswegen kann ich es daraus nicht vorlesen. Aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, weil ich die einfach schön finde. Ich verkaufe die dann noch bei Ebay später. Also, ich habe es nicht mehr reinkaufen, weil sie dann kann fündig werden. Nee, das mache ich nicht, den behalte ich mir selbst. Ich habe eine aussagekräftige Stelle hier. Ich muss dann den Anfang finden. Schreib dich rechts. Schreib dich rechts, ja, das gab es heute Morgen, genau. Ach ja, du bist doch höchstens 30 Jahre alt. 28, sagte sie. Meine Mutter ist vor 10 Jahren gestorben und mein Vater wollte danach nicht mehr. Und Juna stockte. Meine Recherche legt nahe, dass sie von allen Zellaktivator-Trägern am längsten gelebt haben. Jetzt überspringe ich ganz kurz was. Zum Beispiel ja auch Peri-Rodan. Und dann sagt sie, glaubst du an ihn? Die Frage rutschte ihr heraus, ehe sie es verhindern konnte. Sie fühlte einen Drang, sich zu erklären. Ja, du bist Terrane, so wie ich. Unsere Heimat ist ein Mythos. Und jemand wie Rodan, der Terra angeblich noch gekannt hat, das ist ja... Ich höre auch mal auf, weil wir sind zu viel, sollen wir ja nicht verraten. Von der ich mich eben gemütlich hingehockt habe. Ich glaube, wenn ich in den Bergen gesessen wäre, wäre hier wahrscheinlich auch eine Bergszenerie entstanden, weil ich musste einfach eine Fluchtszenerie schauen. Sie flieht hier im Moment und sie verbirgt sich. Und sie verbirgt sich jetzt eben, ja, in diesem Bachlauf, der in der Raumstation ist. Aber eigentlich verbirgt sie sich in dem Lech. Weil es die Szene war, wie ich sie eben in dem Moment vor Augen hatte. Das ist schon ganz hilfreich. Aber das heißt, an so einem 3.0 geht man schon mit ein bisschen, geht ein bisschen anders an, oder? Mit mehr Respekt? Ja, schon. Also Arndt Rechsler saß ja eben hier, das hat mir gefallen, wo er gesagt hat, ja, wenn ich kurz vor dem Bild hätte, bräuchte ich gar nicht anzufangen. Das hat mir gefallen. Weil so bin ich eigentlich auch reingegangen, ohne mich jetzt mit Arndt abzusprechen. Aber ich habe immer gesagt, ja, das ist zwar der Band 3000, das bedeutet schon was, das ist schon wichtig. Und deswegen habe ich mich eben rausgezogen. Ich bin ins Hotel, habe das aber ganz locker angegangen. Ich habe gesagt, ne, häng mal die Füße ins Wasser, schau mal, was dabei rauskommt. Löschen kannst du es ja immer noch. Aber irgendwie ist es genauso geblieben, weil es gepasst hat. Also ich habe versucht, möglichst locker heranzugehen, weil, ich sag mal, ja, wie Arndt jetzt gesagt hat, wenn man Angst davor hat, funktioniert es nicht. Oder wenn man verkrampft ist, oder wenn man denkt, der Roman muss jetzt besonders gut werden. Das ist ja die Band, das ist die Band 3000. Ihr seht schon, ich mache es so ein bisschen übertrieben. Also so ein Typ bin ich nicht. Aber dann kann man nicht gut schreiben. Je lockerer man da rangeht, desto besser geht es eigentlich. Zumindest.